Moin Moin, wieder gehts mit einem weiteren Red Dead Redemption 2 Video, ein Trophäen Guide für die beiden Trophäen, bloß ein Kratzer und zurück im Dreck, das ist einmal eine zweite Mission in Red Dead abschließen, also das ist die zweite Mission in Red Dead und zurück im Dreck gibt's, wenn man das erste Kapitel abgeschlossen hat, die sollten eigentlich einfach zu holen sein und ja, ich denke, das ist selbsterklärend, was man da machen muss, man sollte allgemein erstmal die Story durchspielen, da gibt's schon haufenweise Trophäen und dann am besten nochmal neu anfangen und dann auf YouTube gucken, Guides gucken, etc. für die weiteren Trophäen ab Kapitel 2, ja, gut, dann war's das mit der Folge und dann bis zum nächsten Mal.